Über die, die es nicht schaffen, lesen wir nämlich immer in der Zeitung. Das war jetzt wieder vor zwei Tagen, zwei Frauen am Monatoren sind. Genau, und die Frauen leben mit ihren Kindern bei uns und wir versuchen sie so gut wie möglich zu unterstützen, dass sie einfach in ein selbstständiges Leben kommen und raus aus diesem schrecklichen Zuhause und einfach ein normales Leben, vielleicht wieder mit einem netten Partner, mit dem sie einfach happy sind und die Kinder, die ohne Gewalt aufwachsen, das ist unser großes Ziel. Was viele Leute wissen will, wie schaut das dann im Detail aus, wo geht das Geld hin, was macht man damit, was passiert damit? Also wir werden von der Stadt Wien subventioniert, das ist super und das Spendengeld, dass wir über solche Veranstaltungen reinkriegen, das geht bei uns eins zu eins an die Frauen und Kinder. Das ist ganz super, wir zahlen damit vor allem für die Kinder Therapieplätze, aber auch sofort helfen für die Frauen. Also wenn die Frauen irgendwie, die sind alle eigentlich in Not, das haben sie überhaupt kein Geld, dass man ihnen einmal Überbrückungshilfen gibt, dass man ihnen Geld für zerrissene Dokumente gibt, dass die wieder ihren Pass haben, für das Kind braucht er Zahnspange, jetzt Schulgeld, wenn wir Schulbeginn wissen, alle die Kinder haben, wie teuer das ist. Also es gibt so viele Gründe, wo wir dann einfach auch den Frauen helfen können mit Rechtsanwaltskosten und so weiter. Die kosten übrigens wahnsinnig viel und ohne Rechtsanwalt ist es wirklich ganz, ganz schwierig zu seinem Recht zu kommen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Teil, wofür wir das Geld verwenden. Und ja, der Salah, glaube ich, verdient einen riesigen Applaus, dass wir das dafür auch stattfinden können. Und sonst gibt es jetzt viel zu sagen, also wir hoffen auf keine Verletzten, zumindest keine Schwerverletzten wie vor zwei Jahren. Und wer war da schwer verletzt? Der Schwerverletzteste war der Georgi, oder? Du hast dir den Daumen gebrochen. Das war ich dann, weil jemand bedient da hinten, aber das war es noch ein Match. Ja, das war es schon wieder, bevor ich jetzt noch einen Blödsinn da rede. Wir haben übrigens Neunzugänge, nämlich alle, Achtung, glaube ich, ist jetzt dabei. Neun? Ja, grüß euch. Steht das Karitative hier im Vordergrund, das ist klar, besser als der Christopher kann man das nicht ausdrücken. Dem schließen wir uns zu 100 Prozent an. Und was das Sportliche betrifft, ich wünsche mir auch im Sinne des Anlasses ein faires Spiel. Ja. Ein Spiel ohne Aggression, aber sehr wohl mit Aggressivität. Also es geht schon ums Gewinnen. Ich glaube, das wissen beide Mannschaften, auch wenn wir jetzt sicher hier tief stapeln werden. Aber ich nehme an, beide Mannschaften bereiten sich schon gewissenhaft vor, auch um diesem Anlass zu entsprechen. Und wir werden einfach alles geben und schauen, dass wir gewinnen. Ja, danke. Also warum ich nicht spielen kann, ist, ich habe mir auch wehtan, bin ziemlich botzschert inzwischen. Aber ich bin kein großer Verlust für die Mannschaft, ich habe relativ wenig getroffen letztes Jahr, vor zwei Jahren. Ich werde aber trotzdem den zwölften Mann mimen und schauen vom Spielfeldrand tatkräftig mit zu feiern, mit zu trinken, zu animieren. Und wie ich mich vorbereitet habe, sind Sie das für eine depperte Frage? Die nächste Depperte, die vorne ist. Natürlich mit einem kühlen Blonden, wie sonst auch. Aber ich freue mich trotzdem und es wird sicher ein schöner Sonntagnachmittag. Du hast ja damals, ich kann mich gut erinnern, bist ja eigentlich eher, warst du sehr publikumsnah. Die Leute, die nahe an der Bande gestanden sind, waren schnell ihr Bier los, was ich da so gesehen habe. Nein, ich bin das gewohnt vom SC Simmering. Da ist man das gewohnt als Zuschauer, dass die Spüler vorbeirennen und schnell mal einen Schluck nehmen. Das habe ich mir da auch angeschaut. Und dieses Brauchtum hierher in den zwölften Wiener Gemeindebezirk mitgebracht. Und ja, die Leute haben auch gewusst, man kann sich ja nicht am Spielfeldrand hinstellen mit einem Bier und nicht glauben, dass ich hingehe und das flaufe. Ja, also ich werde es dann einsägen, wer dann alle da ist. Ich bin überzeugt davon, es wird ein großartiges Spiel werden und es wird auch eine großartige Spendensumme zusammenkommen. Auch aufgrund unserer Partner, die wir da als Sponsoren gewonnen haben, werden wir auf alle Fälle eine nennenswerte Summe zusammenbekommen. Um das geht es auch. Also wie Sie sehen, ist das alles relativ locker und relativ lustig.